Hallo Internet, hier ist wieder Bacon Sack für euch und willkommen zum dritten Teil meines Let's Plays von Super Mario Maker. Im letzten Teil habe ich ganze drei Level gespielt und nicht nur eins. Und da waren einige dabei, die ganz interessant waren, Bowser's Castle, wo ich meine Sprünge richtig teilen musste. Goodbye Yoshi, wo ich gezwungen wurde, Yoshi zu töten. Und Prepare to Die, was dann zwar schon anspruchsvoll war, aber nicht unbedingt dem Dark Souls Charakter gerecht wurde. Und wir machen jetzt weiter mit den Leveln, die ich mir vorher herausgesucht habe. Mit dem Level Fast Schon Da von Jonathan, auch aus Deutschland. Und ich bin gespannt, wie dieses Level sein wird. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ah, jetzt sind wir da. Wow, okay. Wow, okay. Oh boy, that escalated quickly. Ist die Tür? Ich hätte aber auch rüberspringen können, glaube ich. Zumindest hätte ich das versuchen können. Wir sind Bob-Oms. Ah, okay. Ich muss mir den Weg freisprengen. So. Drei Feuerbogen, sogar. Wow. Ah, wie assi ist das denn? Ah. Hier ist wieder der Junge, der jetzt komplett ausrastet. Aber jetzt weiß ich ja, was mich da oben erwartet. Ah, scheiße. Ja, wie mache ich das am besten? Ich kann ja nicht hoch springen. Großartig. Weil wenn ich das mache, sind ja... Die Goombas direkt da. Kill mich. Ah, nein. Alter. Natürlich ist genau da kein versteckter Block mehr. Ey. Valva. Ah, ich bin so dumm. Als ob ich nicht gewusst hätte, dass da gleich ein Bob-Oms rauskommt. Ja, durchlaufen geht anscheinend auch nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich warten. Uff. Uff. Ah, ich checke auch jetzt erst, dass ich genau da drüber bin. Das sind die beiden Wumpfs, die am Anfang immer bei der Rohre runterkommen wahrscheinlich. Ich hätte halt schon ganz gern so eine Feuerblume. Nein. Nein. Ah, nein. Vorhin wisst ihr was? Wenn ich die Feuerboom habe, ist sie es gar nicht wert. Das ist ja auch assi. Denkst du, da kommt ein Pilz raus? Aber nee, ist kein Pilz. Was ist da unten so los? Ich habe ein bisschen Angst, darunter zu springen, aber eigentlich müsste da ja was sein. Oder ist es nur eine Falle? No risk, no fun. Ah, okay. Na gut. Ah nein, nein! Ah! Wie ich diese Sprungfedern hasse. Die sind genauso wie diese Scheißnoten. Ich kann nicht auf den drauf springen? Ich dachte, ich kann auf den drauf springen. Wisst ihr was? Drauf geschissen? Ich lauf da jetzt einfach so durch. Oh, Meru. Dicke Murmel. Geronimo! Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht. Ah, da war ja was. Was passiert eigentlich, wenn ich da direkt langlaufe? Da war ja woher springen. Mhm. Oh, Yoshi. Awesome. Na, ich denke, der Gute wird mir doch sehr gute Dienste leisten gleich. Nein! Verdammte Scheiße! Yoshi! Oh, Mann! Das gibt's doch nicht. Da hast du jetzt den... Ah ja, das haben wir jetzt verdient, so dumm wie ich bin. Da hast du jetzt den Yoshi und da passiert dir so eine Scheiße. Hallöchel, mein prähistorischer Freund. Nein, du bleibst... Ah, fick dich doch! Ja, dann lauf doch, du blödes Stück Scheiße. Mir jetzt auch egal. Äh... Oh, Mann! Ich bin so ein Vollpfosten! Wie hieß das Level nochmal? Schon fast da? Ich hab irgendwie so das Gefühl, Moment, ich werde niemals da sein. So, das muss ich natürlich hier aufpassen. Ja, Yoshi, fast da, ich ja lebeg. Snackty Gumbas weg, Yoshi. Snacksy weg. So. Jetzt filmen wir mal hier richtig auf. Bloß keine Scheiße gucken jetzt. Bloß keine Scheiße gucken jetzt. Ich muss... Fall... Nein! 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 Guss-Fraber. Guss-Fraber. Ganz ruhig bleiben. Ah! Oh, Mann! Ich bin doch so ein Spasti. Ich befürchte fast, dass ich den Yoshi opfern muss. Ja, ciao, Yoshi. Tut mir leid, tut mir leid. Was ist denn das jetzt? Willst du mir jetzt echt weismachen, dass ich hier irgendwie als Kleiner da reinjumpen soll? Wie soll denn das bitte gehen? Wie soll das bitte gehen? Ich muss es denn noch irgendwie was anderes geben. Irgendwelche versteckten Blöcke vielleicht? Ja, geil. Dann bleibt ja nichts anderes übrig. Goodbye. Schöne Welt. Ach, jetzt bin ich wieder hier, ja? Ach, warte. Ich muss den Koopa da reinwerfen. Ja, so wird den Schuh draus. Ja, so wird den Schuh draus. Ja, toll, das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, toll, das hat schon mal nicht funktioniert. Ich muss diesen Block treffen. Aber wie? Was ne Scheiße. So, jetzt sind wir beide oben, Yoshi. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Leck mich am Arsch. Ihr könnt mich mal, so. Die Frage ist natürlich, wo es jetzt weitergeht. Oh, da sind zwei Feuersticks. Nein. Scheiße. Du bleibst hier, du gehörst mir, du bist mein Sklave, Yoshi. Hahaha. Nein. Yoshi, bleib doch hier. Nein! Du dummes Stück Scheiße! Hier we go again. So, oh, perfekte Landung. So, hatten wir jetzt eben schon das Problem. Leck mich. Okay. Das ist neu, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, natürlich, Kreissägen. Warum müssen es Kreissägen sein? Wo ist denn die andere Plattform jetzt? Ah, okay. Wie gut, dass ich noch Yoshi hab. Hahaha. What the fuck? Wieso bin ich jetzt auf einmal auf einem Luftschiff? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ja, natürlich ein Kamek. Leck mich, scheiß Kamek. Ja, so wird das gemacht. Okay, da ist ein Pau. Stirb, du scheiß Hammer, Bruder. Ähm, hier. Wow! Nein, Yoshi! 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 Nein! Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Ein Pilz. Der rettet mir jetzt, glaube ich, den Arsch hier. Oh nein! Oh, fuck, 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 fuck. Das ist jetzt echt... Nein! Woh! Woh! Ich lebe noch! Ein Pilz wäre jetzt zu viel verlangt gewesen, oder was? Oh nein! Oh nein! Oh, ich bin so dumm! Ich hab's doch kommen sehen! Nein! Wir wollen nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Nein! Yoshi! Wir haben Yoshi verloren! Nein! Okay. Aber irgendwann haben wir noch unsere Feuerblume. Ah, fuck dich doch! Nein! Hau ab jetzt hier! Ah! Da war eh nichts Wichtiges drinnen. Oh, das war die Scheiße mit dem Panzer. Oh, das war die Scheiße mit dem Panzer. Okay, ich kann den anscheinend gar nicht aufheben. Woah! Okay, war's das jetzt? Aber natürlich nicht! Da muss ja noch immer irgendeine andere Scheiße kommen. Ach, dein Ernst jetzt? So. Oh, mich trennt nur noch das Stückchen hier. Yoshi! Gott sei Dank bist du wieder da, Kumpel. Mann, aufleck mich doch am Arsch! Nein, Mann! Ey, da denkst du, du bist fertig und dann sowas. Ja, toll. Jetzt versteh ich auch den Titel, fast da. Ja, lustig. Ey! Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal machen. Okay, aber irgendwann habe ich Yoshi noch. Nein! 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 Ja, leck mich doch am Arsch! Ey, das ist so eine Verarsche! Nein! 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 Egal, ich muss da rein! Alter Schwede! Meine Fresse! Was war das für eine miese Verarsche! Ja, sind wir schon da! Mhm! Leck mich am Arsch! Ey! Mann, 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 Mann! Gott! Okay, da hat er sich auf jeden Fall was einfallen lassen, der gute Jonathan! Ich bin jetzt schon wieder völlig ausgebrannt. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö! Jetzt noch mal, machoけれない, aber die sich mal aufmerksam. Töööööö. Bis zum nächsten Mal.